Wir präsentieren das Monarch Level Up Paket. Eine neue Möglichkeit, Belohnungen zu erhalten und über wöchentliche Aufträge 28 Battle Pass Level aufzusteigen. Die Level Up Aufträge können bis zum Saisonende abgeschlossen werden, verfallen aber danach. Also stürzt euch ins Gefecht, bevor die nächste Saison beginnt. Mit dem Monarch Level Up Paket kommt ihr schneller an die letzten Saisonbelohnungen.